Show, Leute, was geht? Trimex hier. Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute mein Hund, Akani. Und auch mein Freund Tadde. Und auch der andere Hund. Und auch der andere Hund, den ich zwischenzeitlich immer bei mir habe. Ich kraule beide gerne. Ich gehe gerne mit beiden Gassi. Das Ding ist, dass halt die Haufen von Tee extrem groß sind. Und das ist immer saunerdig, das eine wegzumachen mit dieser kleinen Tüte. Ich bin dir dankbar, dass du das machst. Ich weiß. Ich werde aber auch echt immer saunreard angeguckt, wenn wir komplett... Also du komplett nackt halten, alle alleine durch den Park. Ist egal, Leute. Ekelhaft. Ich würde sagen, wir wünschen euch erstmal frohe Weihnachten, falls ihr Weihnachten feiert. Wenn nicht, frohe Festtage. Frohe, was gibt es noch? Es gibt so ein politisch korrektes Wort. Frohe, ähm... Frohe... Frohes Winterfest. Frohes Winterfest. Wir wünschen euch allen ein frohes Winterfest, alle meine Akkälen. Start it. Ja, wir schauen uns heute Streamer an, die von ihrem Chat getrollt worden sind. Und ich würde sagen, weil wenn ihr in Deutschland nicht los ist, müssen wir in die USA schauen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und gucken, was hier abgeht. Let's go. Original-Video ist natürlich wieder in der Beschreibung. Geil! Three Fingers. Oh, die hat nur drei Finger. Die hat nur drei Finger. Die hat wirklich nur drei Finger. Ja. Wait, what? She does stream? Das ist scheinbar nicht das, was er sehen wollte. Ist das Mikrofon irgendwie runtergefallen, Alter? Ja, ich glaube schon. Ich habe immer so Angst, wenn mein Chat mir irgendwelche Links schickt und sagt, ja, reagier mal darauf, klick mal da drauf. Ich verstehe das sowieso nicht, wie man so live auf so Sachen draufklicken kann. Auf Reddit halt gerade, weißt du, wo ja alles drauf ist, so. Vor allen Dingen, nice to see some good information stuff on Twitch. Wie kann man das denn, diesen Link so umformeln, Alter? Wow, she's live now. She's downspiting. Damit auch noch mehr Leute draufklicken, Alter. Hey, Jodi, danke, dass du da bist und unterstützt mich jeden Tag, die ich durchgebracht habe. Wenn ich dich auf der Discord lese, hast du sehr unterstützt, dass du positive Dinge erzählst, mich in der Morgen wachstum und aufrufst, mich zu schicken. Danke. Oh, Mann. Ich war so close davor, das vorzulesen und es wurde halt nicht geblockt, weil es halt in so einem Fließtext drin war. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich auch schon mal sowas hatte, aber die Leute bei mir sind alle nett. Ja, korrekte Community halt, ne? Ja, schade drum, Alter. Gebt euch mal ein bisschen Mühe, Leute. Ich glaube, ich streamed Leak. Okay, checkt ihr eher ein Instagram aus, weil jemand im Chat gesagt hat, gucken wir, ob wir den gleichen Geschmack haben. Ich denke, die Leute sprechen kein Englisch, aber es ist ja nicht. Oh, Mann. Oh, Junge, Alter. What bunny walks on two legs? What bunny? What bunny walks on two legs? Dr. Murphy? I don't know. Bugs Bunny. Ja, Martin. What duck walks on two legs? Donald Duck? Donald Duck, yeah. Oh, duck, you stupid cunt. Und disconnected einfach. Hä? Ich verstehe es auch nicht. Genau. It keeps giving. I love it. Das ist einfach, weil er, glaube ich, irgendwie, ich glaube, er hat irgendwie Damage kassiert bei Hearthstone. Das ist, glaube ich, eine Hearthstone. Und dann hat jemand darüber eine komplette Kollektion gemacht, wie er in dem Game abgezogen wird. Und das ist hier, das gibt halt eine Tasse und Kissen und ein Zeichenblock und so ein Duffelbag. Junge, ist das dumm, Alter. Dumm, Junge. Hä? Stell dir mal vor, Alter. Du hast so... Ich hab mir so einen Jutebeutel. Du hast einmal in deinem Stream so einen Moment, wo du richtig gut bist. Und dann druckst du das überall drauf als Merch einfach. Schade, dass ich nie gut bin in irgendwelchen Spielen. Adding is crazy. Got your baby, dude. Got your baby. I hate Poke. I take back everything I just said about him, bro. 100%. I have never clicked on my chat and I trust in my friend Poke. Fuckin' Song, you got your baby. Ja, nee, ist stabil. Was ist das nochmal? Venga-Bus, oder? The Venga-Bus is coming. Hat der Hund gefurzt oder du eigentlich? Ich glaube, das war ich. Oh, der Geist ist mit diesem Jetpack, Alter. Ist er mit über den Ärmelkern. Akani! Halt deine Fresse, du! Akani! Flammenwurf! Akani! Oh nein, er hat diesen Knock-Sound. Kennst du das? Das ist so ein common Ding, wenn so... Das ist halt ein Sound, der abgespielt wird. Das hört sich halt genauso an, als würde man den Kloppen. In manchen Videos einfach drin. Das ist einfach teilweise in manchen Videos drin. Und das wird dann irgendwie reingetrollt. Das ist vom Chat irgendwie. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Oder über Spotify oder über Steam. wenn du angerufen wirst und sowas. Das kann halt überall herkommen. Du siehst dieses Waterfall? Das ist nicht nur ein ordentlicher Waterfall. Apex. Dieses Waterfall, wenn du ein Wraith-Portal durchsetzt, und du gehst auf den anderen Seite, einfach direkt auf brechst dein Spiel. Was ist das? Hat sie das im Stream eingespielt? Was ist das? Hey! Wie nice ist das denn, Alter? Ich peile gar nichts mehr. Ich glaube, der hat es on-stream so live eingespielt, dass das halt quasi passiert, dass ihre Viewer quasi von ihr getrollt worden. Ich dachte gerade, hä, sie trollt ja jetzt und ich andersrum. Ja, macht keinen Sinn, scheiß Video, Dislike. Das ist dein Bruder von KSI. 18 naked Cowboys in the showers at RamRam. Big-Hard-throbbing-Cocks wanted to be sucked. 18 naked Cowboys wanted to... How do I skip? Oh mein Gott. Oh, Junge. Ich hatte das letztens auch. Das habe ich zum Glück... 15 naked Cowboys. Pass auf. Das hatte ich tatsächlich auch. Das habe ich aber nicht im Stream angemacht, sondern ich habe es erst danach gehört. Ich habe dann folgenden Song bekommen. Es hat jemand gesagt, jo, ist ja bald Weihnachten, spiel das mal on-stream. Ich habe es aber nicht laufen lassen, aber hör mal hin. Es geht halt die ganze Zeit. Es wird halt richtig, richtig intens. Und ich habe es halt von einem Kollegen geschenkt bekommen, der meinte, jo, mach doch was Weihnachtsmusik im Stream an. Und ich habe halt nur Jingle-Bells gesehen, als ich darüber gehabert habe. Dann bin ich aber irgendwie im Stream abgelenkt worden. Warum heißt das nicht Jingle-Balls? Jingle-Balls. Also Stompy, kennst du Stompy? Nee, äh, Storm... Wie heißt der? Der Typ, der sich mit den Bohrmaschinen in den Kopf gebohrt hat. Alter, das geht eigentlich ab. Dann kennst du den Streamer, der sich in den Kopf gebohrt hat. Er hat sich halt live on-stream mit einer... Aber wie? Bohrmaschine halt... In den Kopf halt gebohrt und... Aber so, dass er geblutet hat? Nee, er hat... Okay, ich dachte, ich habe... Ja, aber... Ist der das, wie ich glaubst? Ist der, Stormedy. So Screamer-Dinger finde ich auch richtig ätzend. Ich war damals so traumatisiert davon. Kennst du diese Kaffee-Werbung? Wo dieses... Ja, ja, richtig, genau. Und deswegen konnte ich dann so zwei, drei Monate nicht mehr auf Bildschirme schauen, weil ich zu viel Angst hatte, dass sowas passiert. Was? Beste Therapie eigentlich für so Leute, die am Handy die ganze Zeit hängen. Einfach so ein Klip zeigen. Okay, listen. I know they haven't made... Okay, Google. Turn the lights off. Oh, nein, Alter. Nein, 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 nein. Wie nervig, Alter. Hey, ich bin in dir. Oh, Junge, wie stressig, Alter. Wie smart ist das aber? Dumm. Wie dumm. Scared the fuck out of me, dude. Don't do that again. Oh, Digga. Er hat... Er hat... Okay, ich glaube, bei ihm kann man spenden und man kann beide spenden halt dann Dinge anhängen. Also halt Video-Files. Was ja sau risky ist. Und er dachte, das wäre wirklich halt ein... Das war halt nur dieses Intro. Was ja schon... Das ist halt so... So gefährlich, Alter. Twitch hat Anarchy ist so böse, Mann. IRL streamen irgendwie. So eine VR-Achterbahn, ne? Sie facken ihn ja einfach nur ab, oder? Was sagst du? Sie facken ihn ja einfach nur ab, oder? Nee, nee, nee. Ich glaube, die fassen ihn so an, dass er denkt, sie nimmt seine... Ja, und andersrum, und andersrum. Und sie haben auch gerade sie. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das sind einfach so random Streamer und die kennen die gar nicht, Alter. Thank you, Coxynormous. Coxynormous, Alter. Starker Name. Und der Typ, der gerade gespendet hat, heißt Coxynormous. You guys got me. You guys got me. Verlastend, verlastend, Alter. Hey Siri, call 911. Oh, damn. Oh, nein. Ist so, so angenehm. Oh, nein, Alter. Yes. Nein, nein. Ist so, so angenehm. Oh, mein Gott. Und er ist nicht da. Und über den... Über... Alter. Nein, Alter. Das kannst du nicht machen. Alter. Alter, the next person to donate like that will make sure we find out, perma when you report it to the police. Digga, das geht halt nicht klar. Das ist halt nicht funny. Das ist wirklich ein bisschen too much. Das Ding ist auch, wenn jetzt keine Antwort hat, wenn jetzt... Oh, nein. Cross Windows plus L. Windows plus L. Das ist ein Troll. Das macht dir L. Weil du immer denkst, Ls. Wait, Kayleigh. Was ist dein... Was ist dein PIN zu deinem Computer? Ich habe gerade loggete. Das ist das belastend, Alter. What up? Hallo? Hallo? You got a mic? Yeah, I got a mic. What's up? Oh, fuck. Is this... Yo, you got a mic? Wait, is this poke? Yo, you got a mic, bro? Is this poke? Any micers in here? Any micers in here? Spielt ihr? Kann ich aber, wenn ich den Soundtracks mache, extra. Hey, what? Okay. Okay, der Chat... Kennst du Counter-Strike, ja, ne? Du kannst dir dein Fadenkreuz angleichen. Und der Chat hat jemand eine Konfig für den Fadenkreuz gefickt. Und das hier ist halt ein neues Fadenkreuz. This is a cross here that most pros recommend. Are you serious? Dude, are you kidding me? Ah, Junge. Der kriegt übelst Bock auf Counter-Strike. Es macht so Spaß, das Game. Müssen wir echt mal zocken. Es ist... Es ist stark, es ist stark. Okay, es ist gut. Shroud hat er damit auch damals die WM gewonnen. Man weiß das, ja. Das ist gut, klar. Wie hat ein 8 Pepe lacht? Mehr ein G. Ist das wild, oder? Oh, Junge, nein. Alter, du Botz. I fucking get it. Oh, Junge. Traurig, man, traurig. Er ist süß. Oh my god, es ist er wieder. Hallo? Hallo? Mein Name ist Bot Dan. Ich bin von Libasol. Oh, du bist wirklich vorbereitet. Du bist jetzt mit viel Effort zurück. Okay? Also, du gehst in ein Squad-Game zusammen und testest uns aus? Ich glaube, das Ding ist, er wollte reintrollen. Wurde aber zurückgetrollt von einem Dude, der die ganze Zeit nachbelastet. Ich hatte auch ein Kind. Das ist bei mir schämlich. Ich hatte mal ein Kind, das habe ich dann weggemacht. Ich hatte halt ein Kind, der die ganze Zeit bei Fortnite nachgejoint ist und immer mit verschiedenen Accounts in eine Public Lobby gekommen ist, weil mein Kollege seine Privatstelle nicht umstellen konnte. Und einfach immer nur geisteskrank hysterisch rumgeschrien hat. Ich hatte auch nicht mal ein Wort gesagt oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob es ein Deutscher war, der mich kannte. Aber dieses Kind ist wirklich für drei Stunden straight bei uns in die Games reingejoint und dann, wenn das Spiel bei Fortnite vorbei ist, dann kommt man in die Lobby und dann kann es sein, dass während des Games dieses Kind wieder gejoint ist. Und dann ist man in der Lobby und dann kommt man rein und hört, ja! Kann man nicht jemanden muten einfach? Ja, das habe ich dann irgendwann auch gemerkt, dass er halt gesagt hat, aber es war relativ zu Anfang von Fortnite. Leute, ich würde sagen, wir sind an der Stelle durch. Checkt auf jeden Fall gerne Tee aus, wenn ihr weitere Stream-Fails sehen wollt. Bei dir passiert ja ständig eigentlich nur Scheiße, oder? Perfekt. Ich streame auch auf Twitch, beide Links und alles Weitere in den... Ich wollte nicht Kommentare sagen, das ist falsch, ne? Du kannst auch in die Kommentare schreiben. Du, schreibt einfach in die Kommentare unsere Twitch-Links. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017